Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir zur Späterstunde. Ja, ein paar haben mich jetzt schon gefragt, was ich denn denke, wie die Playoffs ausgehen. Deswegen, und ich habe auch gesehen, jeder macht irgendwie gerade diese Bracket-Challenge. Deswegen wollen wir das hier auch mal machen. Ich gebe euch ja mal meine 5 Cent dazu, wie ich denke, wie die Playoffs ablaufen werden und wer in welcher Runde weiterkommt. Also schauen wir mal, was ich so denke. Also die ganzen Match-Ups haben wir hier, könnt ihr auch schön nachschauen oder selber machen auf der Bracket-Challenge.nhl.com-Seite. Da gibt es noch was zu gewinnen, wenn man, glaube ich, da irgendwie richtig liegt. Aber gut, gucken wir uns mal die ganzen Match-Ups an, die jetzt auch fest sind. Also das hat jetzt nichts mehr mit irgendwelchen Karten oder mit dem Spiel an sich zu tun, sondern rein das echte Leben, wie ich dann denke. Nicht, was losgeht. Also, erste Runde, fangen wir im Westen an. Wir haben Colorado gegen Nashville. Gucken wir uns mal die Statistiken von beiden Teams an. Also Colorado mit 119 Punkten, die hat die Western Conference gewonnen. Nashville kam über den Wildcard-Platz rein mit 97 Punkten. Mehr Tore pro Spiel. Gegentore ist auch Colorado leicht vorne. Powerplay ziemlich gleich. Und auch beide ein schlechtes Penalty-Killing, wenn man denkt eigentlich, dass man so 80% eigentlich schon haben will. Ja, nicht, desto trotz denke ich natürlich, dass Colorado hier weiterkommt. Dazu müssen alle gesund bleiben. Das war die letzten zwei Jahre das Problem. Der Kader ist dieses Jahr nochmal tiefer besetzt wie letztes Jahr. Wobei wir letztes Jahr mit Brandon Saad auch einen tiefen Kader hatten. Aber es wird halt echt auf die Verletzungen ankommen, wie viele Spiele im Laufe der Serie oder im Laufe der Playoffs ausfallen. Aber wenn da schon McKinn oder Makar oder Rantan ausfällt, Landeskog ist gerade noch verletzt. Wobei, jetzt denkst du, eher so eine Alibi-Verletzung ist. Aber trotzdem denke ich mal, dass Nashville schlagbar ist. Auch wenn Duchesne eine klasse Saison spielt. Saros ist verletzt. Das wird auch ein Riesenschlag sein gegen Nashville. Von dem her denken wir, kommen wir hier weiter. Zweites Matchup haben wir in Minnesota gegen St. Louis. Da schauen wir uns auch mal an Vergleichern. 111 zu 109 Punkte. Er hätte am letzten Spiel dann nochmal kippen können. Also die hätten auch genauso gut andersrum das Matchup sein können oder die Platzierung sein können. Tore pro Spiel St. Louis leicht vorne. Gegentore auch St. Louis mit Bennington besser aufgestellt. Powerplay ist gut mit 96%. Auch super Penalty-Killing. 75% nur. Ja, da wird es schwer sein. Also wenn der Bennington nicht weder durchdreht, sondern seine Coolness, die er beim Stanley Cup Run damals hatte, behält, kommt hier auch St. Louis weiter. Minnesota, ja, ich glaube, wenn man den Capri-Sonne ein paar Mal auf die Finger klopft, dann hat er irgendwann keine Lust mehr. Deswegen denke ich mir, dass St. Louis weiterkommt. Matchup kam mal Calgary gegen Dallas. Dallas ist auch über den Wildcard-Spot reingekommen. 111 zu 96 Punkte. Viel mehr Tore pro Spiel. Gegentore auch Calgary besser. Powerplay besser. Penalty-Killing besser. Und Goudreau, Lindstrom, Monaghan, alle gute Serie. Markstrom zu alter Form zurück. Deswegen denke ich hier, dass eben Calgary weiterkommt. Edmonton gegen L.A. Auch schwierig. Eigentlich habe ich ja gedacht, dass Edmonton da höhere Punkte hat und mehr weiter oben in der Tabelle ist. So waren die fast punktgleich. Bei L.A. war es halt eigentlich genau. Alle haben gedacht, die ganzen jungen Spiele, also der Turkert, Bifield, die haben hier alle ihr Breakout. Ja, dabei waren es dann die alten Leute, wie der Kopitaler Doughty, der jetzt aber verletzt ist, die hier dann das Team getragen haben und in die Playoffs gebracht haben. Wir haben viel mehr Tore bei Edmonton, aber eben auch viel mehr Gegentore. Ich fand weder Smith noch Koskinen gut über die Saison, auch wenn jetzt der Smith die letzten Wochen wirklich explodiert ist. Powerplay, drei Seiten McDavid im Powerplay zusammen ist, glaube ich, das Einzige, wo sie noch zusammenspielen. Viel besser. Penalty-Killing auch bei den 180 Prozent. Also da wird es schwer sein. Ich denke halt, dass die alten Leute, und wir wissen noch, dass Dustin Brown nach der Saison aufhört, dass die alten Leute da dann das Nachsehen haben. Das ist überhaupt nicht so. Dann kommen wir zu den Spielen, wo ich dann denke, dass es weiterkommt. Also viele haben gesagt, Sweep von Colorado sehe ich nicht so. Ich glaube sogar, dass wir die ersten ein oder vielleicht sogar zwei Spiele verlieren werden. Ich tippe mal, die Sache geht über sechs, fünf. Ich tippe auf sechs Spiele. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird, da weiterzukommen. St. Louis gegen Minnesota auch, ja, könnte auch, könnte fast sieben Spiele gehen. Da wird das ein oder andere Overtime-Spiel dabei sein, wo dann der eine wieder glücklicher ist, wo der andere, ich sag mal, über sieben Spiele. Calgary gegen Dallas, glaube ich, wird eine kurze Geschichte für Calgary. Ich denke nicht, dass es ein Sweep wird, dass es über 4 zu 0 rausgeht. Ich denke mal, Dallas wird das ein oder andere Spiel gewinnen. Wahrscheinlich ein Spiel gewinnen, wenn es auch noch glücklich ist in der Overtime. Edmonton gegen L.A. wird ein 4 zu 2 für Edmonton. So, das ist so das, was ich hier in der Western Conference sehe. Die erste Runde dann vom, machen wir erstmal hier weiter. St. Louis gegen Colorado war damals, letztes Jahr war es ein Sweep, war ein klares 4 zu 0. Und ich glaube, wenn wirklich bis hierhin alle Top-Spieler noch fit sind, sehe ich auch nicht, dass es eine große, ja, groß länger noch geht. Von dem her tippe ich hier auf Colorado. Calgary gegen Edmonton, Battle of Alberta wird interessant. Boah, schwierig. Ich tippe ja trotzdem auf Calgary, weil wir drei Seiten und McDavid und danach wird es halt schon echt schwer werden. Auch wenn der Kane jetzt ein gutes Jahr hat. Yamamoto hat ein gutes Jahr. Aber ich glaube am Schluss, wenn es wirklich darauf ankommt, können auch eine lange, harte, heftige Serie werden. Deswegen schätze ich, dass Calgary in der Runde weiterkommt. Und damit haben wir dann den Westen erstmal abgeglichen. Und jetzt sind wir zumindest im Conference 2-1, gehen wir hier rüber. Wir haben Florida als Nummer 1-Team, als President's Trophy. Sieger gegen die Washington Capitals. President's Trophy war die letzten Jahre nie so. Ja, das Gelbe vom Ei. Also nur wenn man die President's Trophy gewinnt, kommt man nicht ins Finale. Ich weiß noch, damals hat Tampa Bay die President's Trophy gewonnen und ist dann 4-0 von den Columbus Blue Jackets gesweept worden. Also das ist jetzt kein Versprechen, da weiterzukommen. Schauen wir uns mal die Statistik an. Washington kam über den Wildcats-Platz rein, also ist auch nicht direkt in die Playoffs qualifiziert. Werden aber noch fast am Pittsburgh vorbeigezogen, das muss man bedenken. 122 zu 100 Punkte, über 4 Tore pro Spiel. Auch die Goalies sowohl der Knight als auch der Bobrovsky gute Saison spielt. Da Powerplay Washington ziemlich, ich will nicht sagen harmlos, aber deutlich weniger als Florida. Penalty-Killing ist hier Florida leicht schlechter als Washington. Also auch schwierig, aber Ovechkin ist nicht mehr der Jüngste und gerade Barkov, Hubert Doe, die haben so ein Breakout-Jahr dieses Jahr, von dem er jetzt mit Chirousi nochmal verstärkt. Ich glaube, hier sind wir mit Florida mit der besseren Wahl. Toronto gegen Tampa Bay, ja. Du holst 113 Punkte und bekommst als Belohnung den aktuellen zweimaligen Stanley Cup-Champion als Gegner, ja. Also da wird auch eine enge Geschichte, fast alles gleich. Matthews gegen Stamkos, Kucherov gegen Marner, also das wird sicher auch eine spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob der Camplett schon fit ist oder ob der noch verletzt ist. Wenn er wirklich verletzt bleibt, dann hat der Wasiliewski klar die Chancen vorne. Auch hier bei Toronto das gleiche wie Colorado, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Aber trotzdem denke ich, dass sich die Erfahrung, auch wenn Tampa Bay in den letzten zwei Jahren ja viel Spiel in den Knochen hat, glaube ich, dass sich Tampa Bay da durchsetzt. Und ja, dass Toronto jetzt die letzten Jahre wirklich teilweise verkackt hat, gerade gegen Boston, die Serie deutlich geführt. Sogar im letzten Spiel noch deutlich geführt und am Schluss dann doch wieder mit leeren Händen lagestanden. Also wenn ich jetzt dann nie und ich glaube hier auch, dass es Tampa Bay aufgrund der Erfahrung sich durchsetzt. Jetzt kann es sein, dass Toronto die Serie 2-0, 3-0 führt, aber dann schlägt der Lightning zurück. Deswegen tippe ich hier auf Tampa Bay. Carolina gegen Boston. Auch so eine Serie, wo die eigentlich keiner irgendwie ein Wort verliert. 116, 107 Punkte, mehr Tore bei Carolina, mehr Gegentore bei Boston. Powerplay gleich besser, 88% Penalty-Killing ist halt echt gut. Aho gegen Marchand, wir haben aber noch Bergeron. Freddie Anderson mit einem guten Jahr, auch hier schwierige Geschichte. Ich tippe aber trotzdem drauf, dass sich da Boston durchsetzt. Auch aufgrund der Erfahrung, Pasternak auch ein super Jahr, tippe ich hier auf Boston. Rangers gegen Pittsburgh. Das haben wir ja als Match von Panarin gegen Crosby. Okay, 108 zu 101 Punkte. Wieso hätte es sich auch drehen können, weil Washington eben knapp dran war bis zum Schluss. Mehr Tore bei Pittsburgh, mehr Gegentore auch bei Pittsburgh. Wir haben besseres Powerplay bei den Rangers, besseres Penalty-Killing bei Pittsburgh. Und 85% ist auch gut. Ja, Pittsburgh ist halt Pittsburgh. Crosby ist halt Crosby. Malkin ist Malkin. Günzel ist gut. Bei den Pens fielst du ein bisschen an Tiefe. Also klar, die haben die Top-Reihe, die Top-Spieler auch mit Günzel schon angesprochen. Bei den Rangers, ich finde der Lafreniere und auch der Kapo Kaku haben sie jetzt nicht so, also zwar gut entwickelt, aber nicht so entwickelt, wie sie gedacht haben, dass es das vorangeht. Von dem her, Chesterke ein gutes Jahr, Yari ein gutes Jahr. Aber ich glaube, da setzt sich dann auch am Schluss einfach die Erfahrung und die Klasse, weil das einfach ein Crosby ist, durch und Pittsburgh kommt hier weiter. So, gehen wir auf die Spiele ein. Boah, das wird auch schwer. Auch wenn Florida so überfavorit ist, eigentlich allein aufgrund der Punktedifferenz hier, glaube ich, dass der Ovechkin und der Rest sich ganz gut dagegen wehren werden. Und die Serie könnte über sechs, vielleicht sogar sieben Spiele gehen. Also wird auch kein kurzes Unterfangen. Ich tippe mal sechs Spiele für Florida. Toronto gegen Tampa. Würde ich auch sagen, sieben Spiele und auch Sachen, die in die Overtime gehen. Das sind keine Spiele, die immer nach der 60 Minuten entschieden sind. Das könnte eine lange Serie werden. Auch hier bei Boston gegen Carolina. Ich tippe auf sechs Spiele für die Boston Bruins. Rangers-Pittsburgh sehe ich fast schon ein bisschen klarer. Da sage ich sogar fünf Spiele für die Penguins. Gebe ich so weiter. Dann kommt es zum staatsinternen Duell. Florida gegen Tampa. Auch mega schwierig, mega schwierig. Also ich glaube, dass da das in der Serie, auch wenn man gesagt hat, die Erfahrung setzt sich durch. Die haben halt jetzt, Tampa hat jetzt halt noch, weiß ich, 120 Spiele letztes Jahr in den Knochen. Florida hat einen riesen, riesen Run gerade. Da kommt man schon aus Florida weiter. Boston gegen Pittsburgh. Auch schwer. Der Wildcard-Erste gegen den Metropolitan Division Dritten. Auch hier glaube ich, dass Pittsburgh, das ist das echtes Duell der alten Leute, irgendwie, wenn man Bergeron, Marchand und da hier Crosby, Malkin anschaut. Aber ich glaube hier, auch keine kurze Serie, aber Pittsburgh wird sich durchsetzen. Damit kommen wir zu der Konstellation. Wir haben dann im Conference-Tonale Colorado gegen Calgary und Florida gegen Pittsburgh. Klar wäre es einfach zu sagen, Colorado und Florida waren die besten Teams in jeder Conference. Deswegen sind die im Finale. Aber so einfach ist es nicht. Also wir schauen mal, was wir hier machen können. Wir tippen drauf, dass Colorado ins Finale kommt. Muss ich drauf tippen. Auch wenn Calgary schwer zu spielen sein wird. Auch allein die quirligen Spieler, die ganz schnellen Spieler. Aber wie gesagt, wenn Colorado bis hierhin noch fit bleiben und hier zumindest teilweise fit, denke ich mal, dass wir gegen Calgary dann einen guten Auftrag haben und so auch ein Stanley Cup-Finale schaffen werden. Florida gegen Pittsburgh. Ich sehe halt niemanden groß, der Florida, wenn die mal wirklich in Lauf kommen auch. Und Washington wird schwer genug. Und dann auch den aktuellen Stanley Cup-Sieger, den zweimaligen Stanley Cup-Sieger raus zu kegeln, sehe ich halt, dass die dann auch, egal wer dann kommt, also egal wer von der Seite kommt, dass sie da weiterziehen. Deswegen tippe ich auf Florida und habe damit einen Western-Conference-Sieger gegen Presidents und Eastern-Conference-Champion oder Gewinner-Finale. Und da, Colorado gegen Florida, wäre die Neuauflage vom Stanley Cup-Finale 96. Das war damals eine meiner, wo ich damals mit einer Stelle angefangen habe, wo Uwe Krupp in der Verlängerung ins Spiel 4 das entscheidende Tor geschossen hat. Uwe Krupp ist aktuell der Trainer von den Kölner Hain. Also wenn es beide Teams soweit schaffen, Florida hat noch nie ein Finale gewonnen, Colorado hat noch nie ein Finale verloren. Und da am Schluss wird Colorado dann auch den Cup holen. Könnte eine lange Serie werden, viele Overtime-Spiele, viele auch körperlich fordernd. Aber am Schluss tippe ich, dass Colorado hier dann sich durchsetzt und Rantanen, Landeskog, Makar, Darcy Kümper am Schluss den Cup in die Höhe strecken werden. Das ist meine Liste. Jetzt müssen wir noch eher submitten, wie viele Tore denn in der Finalserie geschossen werden. Das rechne ich mal ganz kurz zusammen, was ich mir da so ausgeräten habe. Also ich behaupte, dass in dieser Finalserie 33 Tore fallen. Das sind wir so einfach ausgeräten, wie ich denke, dass die Spiele ausgehen, von dem wir hier gerne mit teilnehmen, gerne auch was dazuschreiben, wie ihr das seht. Das Ganze noch auf Twitter teilen und dann auch mit dem Link dazu. Und dann gerne mit schreiben, was ihr dazu denkt. Und ja, auch das hier gerne ausfüllen. Das ist bestimmt eine lustige Sache hier. Tweet ausfüllen, Real Madrid ist neuer spanischer Meister. Das ist auch schön hier zu sehen. Ja, gerne, wie gesagt, dazuschreiben, wie ihr das seht. Eure Meinung, den Bracket auch ausfüllen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn wieder normale NHL 22 Videos kommen. Immer dran dritten, sauber bleiben. Kanal liken, abonnieren, Discord, Twitter, Instagram, überall. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.